Servus Leute, willkommen zurück zu CSGO Competitive Mode mit Goldnummer 3. Letztes Mal waren wir Silver Elite Meister, oder ich. Ja dazu muss ich wohl nichts sagen. Und ich würde mal sagen wir spielen. Wieder los. Die nehmen wir alle raus. Keine Ahnung warum die alle drin sind. Und jetzt wollte ich gerade mal hier Audio Einstellung. Ich weiß gar nicht wie das ist mit dem Music Pack. Weil ich habe da so ein Music Pack. Die Lautstärke habe ich hier runter gestellt wegen dem Zombieserver. Weil das ganze Geballer geht auf die Nieren. Ne aufs Trommelfeld. Ja es muss reichen. Ich bin nicht ganz so sicher wie das ist mit dem. Wie man das verbreiten darf. Aber ich denke mal schon dass es klar geht. Da wollte ich mir eigentlich gerade ein anderes Music Pack holen. Wo ist denn das Inventar? Wo habe ich es denn? Wo habe ich es denn? Wo habe ich es denn? Ah ne das geht schon klar das andere. Wobei. Ne komm das. Aber warum ist das jetzt lauter? Na los hier. Verpackt ohne Ende. Nein. So. Ach scheiß jetzt drauf. Ich mache mir immer viel zu viel Gedanken um die scheiß Musik. Zieht eure eigene Musik rein. Macht Spotify an und haut was rein. Und guckt selber nach Musik. Ganz ehrlich. Ich bin dafür nicht verantwortlich. Ähm. Wir spielen Assault. Weil das auch so schnell geht. Zum finden. Ja. Das letzte Mal waren wir auf Nuke. Und Nuke ist mir einfach zu erwisern CT sided. Das bedeutet. Eine Seite hat halt mehr Chancen zu gewinnen. Oder die besseren Chancen. Kommt ihr immer aufs Team an. Und ja es sollte ich halt auch mal eine andere Map. Kann man auch mal zeigen. Und wenn es mir jetzt zu lang dauert. Natürlich beim YouTube. Geht es ganz schnell für extra für euch. Das wissen die. Die wissen automatisch wenn ich F10 drücke. Aufnahme. Müsste im Extreme. Einen Server finden. Und Spieler. Die packen einfach in Assault rein. Auch wenn es eine andere Map wollen. Scheiß auf die. Ja. So nach dem Motto. Und jetzt hoffe ich mal. Dass ich wieder was reißen kann. Wenn nicht. Verpisst euch. Und ich hasse es. Ja gut. Die Map ich glaube auch. Ich weiß gar an Terroristen sided. Keine Ahnung. Ich denke mal schon. Weil du einfach das so eine Lagerhalle hast. Wo du. Wo die Cities erstmal reinstehen müssen. Ich denke auch schon. Das ist das Tees öfters gewinnen als Cities. Aber ist nur eine Vermutung. Kann auch ganz balanced sein. Oder total unbalanced für City. Weiß ich nicht. So das muss passen. Das werden wir hier wieder reinfinden. Auch wenn es garantiert nicht schaffen wird. Ich bin immer so. Ja. Wenn man lange nicht gespielt hat. Dann ist man immer. Ich bin immer so zitterig. Das ist voll heftig. Ist wirklich so. Ich würde gerade noch. Scheißes mal. Das ist ja in der Aufwärmphase. Ne ist alles in Ordnung. Wie gesagt. Für Competitive müssen die Grafik anders eingestellt werden. Das war schon mal scheiße. Das war schon mal scheiße. Oh Gott. Komm schon. Mach dich fresh. Extreme. Dich fresh ey. Wo war'n der? War doch da. Alter. Nee ey. Ah. Ah. Loll. Wieder einfach meine Waffe. Ja. Komm. Hallo. Scheiße. Fängt schon mal super an hier. Diegel. Na komm Diegel. Da ist die. Super. Ich hoffe. Was ist das? Ich hoffe. Ich hoffe. Ich hoffe. Ich bin da voll drin. Alter. Ich hoffe. ist so ein spaß jetzt das war auch nicht so der heftige skillshot ich bin immer überrascht weiß Leute das ist einfach das kann man einfach nicht erklären es gibt immer die Leute die man da irgendwelche Videos weiß ich muss ja irgendwie 3 4 5 Headshots nacheinander ziehen und dann so für mich reicht weil ich einen Headshot macht so hat man aufpassen zu viel rumlabern hier ich kriege ich schon da gar nichts mit ich glaube die sind nämlich jetzt draußen macht Sinn wenn sie hier drin sitzen können sie nur draußen sein aber ich meinte halt im Sinne von nicht mehr auf dem Dach Moment scheinbar muss ich jetzt sehen ok da war niemand wow wow fuck auf dem Dach ok ne da geh ich jetzt nicht hin oh die sieht man aus so schlecht wirst du wenn die da plötzlich auftauchen ok das ist ja ich war grad ich hab grad vor aufs radar klotzt ok scheiße ist jetzt einer super bester spieler geht doch schon mal klar hier mag ich nicht so was haben wir uns AK ok E-Light Bolt die ballern jetzt eh gleich hier wieder durch das ist immer so ne Lieblingsbeschäftigung von den Leuten der weiß jetzt eh 100 pro warte mal kommen wir uns was anderes ja das ist der ok der stelle mich der Typ man das wichtigste ist man muss flexibel bleiben man darf nicht irgendwie sich er wirst schon irgendwie man darf halt nicht seine Taktik zeigen Pokerface schon angesagt mutter fuckers fuckerface fuckerface was sind sie denn jetzt also dieser eine ist auf jeden Fall krass drauf glaube ich dieser Loliak hier ist der Rambomum was ist Rambomumus Modus ach keine Ahnung was Rambomumum ok krasser Name heftig ok ok ich bin ja auch nur am Campen ne das hat ein ganz anderes Spielgefühl als jetzt zum Beispiel Nuke ne das muss man schon sagen muss man schon sagen muss man schon sagen so was Granaten sind immer geil ich bin ziemlich auch ganz sicher wenn ich mal so andere CSGO Videos schaue ob verdammt eh ob das da dann irgendwie anders lief das war es dämlich komm 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 so es darf eigentlich nicht passieren mit diesem Damage da das ist no go ganz nie alle echt dumm oder so irgendwie Mollhack vor allem man merkt dass die null kommunizieren glaube ich als wenn die jetzt kommunizieren dann weiß man dass da eine Misch ich meine die habe ich streng mit dem selben Fehler gemacht woher kam der da kann man schlecht durch das Dach ne und jetzt zielt er grad das hört man jetzt hat er nachgeladen grad jetzt zielt er wieder außerstand von uns kann natürlich auch sagen das mies ist halt wenn man irgendwie so steht ja und dann halt immer so dann geister wird man natürlich natürlich weil ich glaube das gibt minus punkte oder irgendwie bin mir nicht mal sicher kann man jemand reinschreiben lese ich natürlich immer durch aber ich gebe auch danke ich gebe halt nicht immer antworten ja ihr müsst es auch so verstehen ich lese es dann und dann so ok danke ja weiß ich aber ich fühle mich da auch doof wenn man dann einfach irgendwie man kriegt fünf kommentare und sechsmal schreibe ich was drunter ja das ist ja irgendwie dämlich ich meine kommentare sind zum kommentieren da und nicht dass ich darauf antworte aber es ist natürlich beleidigend dann geht es natürlich zur sache geht gar nicht und ich bin hier schon wieder weil ich nur im Campen und mach gar nichts der Typ ist jetzt da unten hat sich gerade eine Waffe gekrallt ja analysieren und töten halt dann halt dann ich zeichne krechte die ein viel am statt hier auch wenn sie scheiße aussieht lieber die m4 die und das ist das kleine da neben dem Musikpack und diesen drei Sternchen das ist praktisch das neue Ranks System also werde weniger eigentlich nur so ein Level System das habe ich nichts über ein Skill aussagt und das hat mich halt so genervt dass man der erste Rank 3 sein muss damit was läuft da jetzt gucken wir mal da hoch ich bin so ein Arschloch ohne Witz weiß wenn jetzt wahrscheinlich mal bei Overwatch da wär boah ein Hacker ich mein manchmal ist das wirklich so gut wobei das jetzt ein Spot da guckt man halt hin aber das ist wenn man bei Overwatch schon mal drin ist also das bedeutet wenn man halt als der Suspect betitelt wird als das ähm zu beobachten Objekt halt ähm dann oder Person dann ist es halt immer mhm aha da gehen die Leute mit so einer gewissen Grundeinstellung da schon rein wisst ihr wisst was ich mein sorry da würde ich schon Headshot machen ey sorry Bro Alter ich war abgelenkt du bist kacke du bist da du bist du bist w du bist fahrrad mann das feier ich jetzt will youtube man youtube ohne witz äh ich hätte es nie erwähnt so niemals erwähnt dass man auf youtube ist da gingen die leute ein nur okay so viel fütter so er war nicht scheiß manchmal schon ein bisschen gut jetzt muss ich davon ausgehen dass mir zuschauen also alle leute tut mir leid dass ihr was vielleicht verliert vielleicht fähig würde ich dann mal behaupten dann müssen wir noch mal üben hier wer auch gut ist jetzt vielleicht ein bisschen dämlicher einfach rauszustürmen aber aber es ist ja nur risk vor allem man schauen es hat drei leute zu das sehe ich jetzt als beleidigung dass ich sie nicht gewinnt ich wollte ja gewinnen lassen aber jetzt das ist schluss mit lustig jetzt haben sie sich verkauft das geht so nicht richtig schmutter mit leute strengt euch einfach an gut sie hatten pech sie waren halt auf der city seiten aber ich meine wenn sie jetzt mal eine runde holen dann können sie es ja genauso gut wird so ein nur die leute gehen hat auch immer mit einer grundeinstellung wirst du wenn es halt scheiße läuft dann hat man auch kein bock mehr irgendwie ist guck jetzt gewinnt man eine runde das gas team schon nicht so toll vielleicht strengst du jetzt auch sich an weil sie wissen sie sind auf youtube ist natürlich auch na gut deshalb pech wer macht den kill saskar oder igareweski afka ja klar don't listen na gut das könnte wirklich aber man muss ja nichts riskieren soll ich mal wieder abp spielen nein leute ich habe respekt vor jedem abp spieler der ist voll drauf hat ich kann damit auch manchmal ihr wisst schon mal ein bisschen rocken aber ich bin halt einfach nicht zu der abp spieler da bin ich immer so hibbelig bin ich ja immer aber mensch jungs macht was hätte nicht sein müssen ach scheiße wollte da dass ich das mal ausschalten mit dieser fs gucke ich gleich nach sorry das weiß ich noch von jemandem vom eric glaube ich eric kleiner schlemmt linie nach ja stimmt das ähm fällt mir auch immer auf wenn ich dann meine eigenen videos schaue weil das ist eigentlich so unnötig es kommt sogar eher ein bisschen angebung mäßig keine ahnung muss nicht sein soll ich es mal googeln komm ich googles schon ne auch wenn es gefährlich ist um1 kom schon cisco fps anzeige konzonen befehl netcraf ok netcraf so schnell geht das leute ranks global elite sowas von confirm können die euch da hoch ganz sicher als ich meine von der rechts ich muss den hier decken den genossen genossen kammerat das problem ist ich weiß dass die lassen oh gott er ist da man gehen wir aus dem siegfeld manche will kein genossen anschießen wenn man abgelenkt ist leute wenn man abgelenkt ist oder fehler mann allein wo ich in die blendgranate reinguckt so ist ein schlechter genauso so finde ich mich gerade achten dann pass auf hat man auch früher sehen können jetzt ehrlich was machen wir jetzt wieder hier like oldschool scheiß drauf so geht es genauso wie hier das problem ist wenn die tür aufgeht nicht so geil was man da kommen die da durch ok die trollen nur eigentlich müssen wir rausgehen aber ich habe jetzt keinen bock um die zu sterben da war doch unter so das setzt sich damit auch erledigt ok der ist oben ok der ist oben hä der kann doch noch gar nicht durch sein oder nein das ist jetzt scheiße ich bin noch der hätte man hier ein lassen dürfen das geht doch nicht ich bin noch machen wir es nochmal raus rennen aber wobei jetzt haben wir jetzt haben wir eine scheiß position ja lass mal lass mal lass mal lass mal sein dann dann und das ist das ist das ist wenn du mir das gute ist jetzt weiß ich wie die tür aufgeht das hasse ich anhand wie pisch es nicht weiß nie was der feind was der kumpel was der genosse zu schoben hatte ich ja so ungefähr könnte so viel glas zu stimmen ihr wollt am ende müsste trotzdem gegen uns antreten ok ich bin ruhig der ist jetzt eh draußen jetzt eigentlich noch mal geile waffen irgendwie auf den aug hätt ich schon bock wahrscheinlich rachel geht da drüben schon das macht man ihr könnt doch gerne maps vorschlagen wobei ich halt ich streue mich so ein bisschen gegen neue maps weil ich da immer schon total abkackt vor allem weil ich keine ahnung von den ganzen räumen hat nicht schlecht man darf sich da nicht immer mitreißen lassen einfach nur ballern muss halt schon noch zielen manchmal mein fehler gebe ich zu ok damit hätte ich jetzt nicht gerechnet ich bin am ende so gespannt auf die ranks wahrscheinlich ist der einer ich werde mit der russischen über pro hätte ich mit ihr der hat bestimmt irgendwas mit golden ek und die anderen sind so in dem gold über zwei einzigereich oder vielleicht auch silber ich bin mir nicht sicher aber das ist manchmal halt einfach kratzen ich habe einfach einen schlechten tag da darf man niemanden die tonne treten irgendwie noch mal einen schlechten tag hatten und vor allem man ist so gut wie das team das team scheiße springt an das gilt auch noch viel das kommt davon wo nur schulspot hat weihnachten schulspot hat alle schmeißen die weihnachtsglocken runter ihr könnt ja mal gerne reinschreiben mögt ihr die map mögtest du nicht so etwas anderes spielen das mag ich auch kann mal ausspielen irgendwelche andere maps ist gelaufen ich finde so blöd die tun voll viele maps auch wieder rausnehmen aus dem repertoire und das ist dann halt irgendwie nervig ja weil man dann irgendwie man mag eine map und dann weg und er ist auf dem dach oder vielleicht auch unten man weiß es nicht ne er ist auf dem dach ne mann bin ich dumm das war jetzt echt ich konnte nicht in die andere richtung rennen zack warum sind sie denn immer so gesprächig ist immer so es ist ein mit von der brade wird der dritte ne das mache ich jetzt nicht kommen mann und die nuns hallo dann bämischer kopf weg kann man kein model mehr wird ohne kopf sag ich euch wegkommen mein gott da darf man reingucken hier was machen die ich bin schon gar nicht mehr ernsthaft da muss aber ein guter drin sind sonst würde ich nicht gegen solche spielen ganz ehrlich alter wenn das scout so skilled weiß das ist halt schon da habe ich vor den leuten habe ich einfach respekt weil ich würde nie mit einer scout spielen weil ich das einfach hast wenn man eine waffe hat die einfach ihr wisst schon keinen wundschutz macht oder halt nicht viel damage raushaut natürlich headshots wisst ihr wahrscheinlich meistens tot außer als pistole mit helmen naja alles klar Genosse Genosse Kamerad das ist so dämlich was ich hier mache ich will sie weg das funktioniert auch nur wenn sie ihr wisst schon das ist das was ich meine ihr müsst eure Taktik ändern weil dann wissen sie total überrascht und bam 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 haus einfach weg und kühlen Kopf bewahren wenn es nicht funktioniert nicht immer sind die besten Ideen auch gut umgesetzt ja und sie weg piu bunnyhopping freut euch echt noch ein butterfly messer aber investier lieber in meinen server auch wenn ich das Geld wieder rauskriege so was ach stimmt ja ne abp kein licht noch einmal wenns nochmal funktioniert dann weiß ich auch nicht wenn die leuten zum teil los ist ne abp hey was machen ok ich sag nichts ich will niemand beleidigen ich mag euch alle ist nicht immer das beste wenn dann die leute immer so dann rocken sie und dann meins immer ja die spielen echt hier decken alles ab ne gehen kein risiko eine die spielen richtig teamplay ja dadurch ermöglicht ermöglichen sie mir die kills ist schon klar irgendwie ach mein scheiß eh ganz ehrlich die man da eh nix wow ok what a god der kann doch von rechts kommen guck rechts rechts gucken wie nennt man das äh ach scheiße von der map aus oben rechts halt ich weiß gar ob die das lesen können der versteckt sich in den Busch oder ne wo ist er denn da komm das krieg ich noch hin ha 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 trainer terroristen gewinnen souverän haha So, letzte Runde hier glaube ich oder? so, was ganz wildes sowas ganz wildes Alter aber Netshot Leute Netshot So dämlich Vor allem ich weiß man kann es auch gut treffen der Nägel wenn man Einzelschlüsse raushaut aber das war so weit weg da trifft man nix mehr da muss man einfach Dauerfeuer sonst wird das nix Die denken sich auch was vom Arsch noch einfach riskiert uns ein Sieg Deswegen hasse ich die AWP Wenn man verkackt dann verkackt man richtig Hässlicher Skin Hol dir meine Negev Rächt mich Alter wie das Eis kann wirklich Russen sein Guck mal der da mit dem russischen Tanzbär da Also gut ein Bild sagt noch nix aus aber ich denke mal schon Die Namen und ich jetzt aufs Profil gehe würde mich halt schon mal interessieren Ja war klar Hier mein geiles Profil ist auch cool Da hier zack Und 88 Mitglieder Was ist da los? In die Steam Gruppe Für meinen Server Hallo Youtube Hallo Youtube Hallo Youtube Hallo Youtube Hallo Youtube Ich würde jetzt auf russisch anders sagen Ne Was mache ich hier grad? Die haben mich abgelenkt Spass Meine Fresse Alter ich hab wahrscheinlich für den Video wahrscheinlich 5 Dislikes und den Leuten da hinten Spass Los geht's Was hab ich da als rein Rush? Bin ich behindert Das ist schon unten drin ok Lass dir weg snacken Hey Und das gleiche nochmal hat mich jetzt noch nix sehen Wir leben dann noch zwei Hups 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 Na ja es war ein bisschen arg langsam Ich hab nicht wusste weil die Schüsse kamen So So jetzt kommen wir aus hier weg Kommt Dimitri Wie heißen es da oben? Office Keine Ahnung Bisschen doch eh bei euch Alter Comeback Is real Comeback 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 Leute Man muss sich aus scheiß Double Illites da spielen Dreck Ah komm Die Ich war jetzt nur noobs kaufen wenn man verloren hat aber es wird zu einer ausnahme sie befinden sich in einer geißel rettungstone lassen sie diese und hier hoch da ich habe jetzt einfach bis alles gegessen ist fertig wow und sichtbare mauer was zum teufel mein gott ich wollte ich benutzen so muss es machen wenn er jetzt vorkommen ja okay da war ich jetzt das ist auch dämlich weil scheiße wir müssen da rein warte mal das heißt eine holding position warte mal war der jetzt gerade oben oder war der jetzt ne ok ich weiß wo er ist das klingt nämlich so nah scheiße wir haben keine zeit ok ich weiß es ständig aber sonder 3 gegen 1 schaffen wir es mit dem können angenommen komm schon bt st sie wollte ich nicht nein dann stimmt manche mit angleichen ach das war gar die letzte runde mann bin ich dumm dass wir mitreißen aber wenn ich mir zeit lassen hat zum wissen wer schaut mir uns zu doch offline ich will nicht dass leute mir zuschauen das will ich nicht weg bis durch aber aber weil ich schon ein ich weiß nicht müssen sich jetzt nicht drauf ein geilen hier auf geilen hier keine ahnung weil ich meine der mindestens der eine hätte auch merken müssen okay da hat es irgendwie geballert und ich wollte gerade auf den scheiß schießen einfach ein bisschen mit denken Leute viele konzentrieren sich immer sehr aufs aim da kannst du erstmal drauf an dass man weiß wo der feind ist weil wissen wir was treffen und man weiß wo der feind ist genau so dass hier das habe ich ehrlich gesagt auch nicht gedacht dass es eigentlich so einfach geht hier da mal kurz da drüben zu landen vor allem gut er hat sich jetzt heftig angekündigt aber das ging schneller weil ich halt so ein kit hatte für die wo kein counter-swag spielen habe ich ja auch so leute muss natürlich auch mit bedenken der strauß 100 pro wäre schon das wir wahrscheinlich ein last kill machen hier was nicht rank 4 was ist da los jetzt bin ich mal gespannt muss sein tut mir leid alter habe ich es doch gewusst irgendeine muss ne golden akea haben ja gut war ein bisschen unf ja wobei ne war nicht unfair gut der eine hat keinen renn das war unfair aber eigentlich war es relativ ausgewogen okay ich denke mal wie gesagt haut rein was sie sehen wollt welche map es kommt auch bald was neues eher so nach dem motto geile szenen rausschneiden und dann geiles video draus machen also ihr ich will halt jetzt eher weniger ach was heißt weniger videos keine ahnung ich will halt irgendwie weißt du ich will nur irgendwie jetzt hier wie bei deadspace irgendwie was aufnehmen und dann halt wenn man dann gezwungen ist okay morgen muss jetzt das rauskommen morgen das morgen das morgen das habe ich keinen bock drauf Leute hab ich keinen bock mehr so läuft das ganz gut ok dann sieht man sich im nächsten video bis dann adios amigas so 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 Vielen Dank.